5 Würfel, 1 Szenario, 3 Minuten Schreibzeit. Mehr braucht es nicht für eine kreative Geschichte mit sprühendem Wortwitz. Das Spiel heisst übrigens «Iconpoet» und ist eine Schweizeranfindung. Ja, ja, «Vericula», oder? Die hast du auch sehr gerne. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, Papier- und Stiftbrat halten und los geht's! Fertig! Drei Minuten sind rum. Und jetzt tue ich euch diese Geschichte mal vorlesen. Ihr wisst bei «Iconpoet» jedes Mal, wenn ihr eines von diesen Symbolen benutzt habt, zeigen wir hier auch schnell per Hand hoch an. Liebe Mami, lieber Papi, meine Weihnachtswünsche waren bis anhin stets bescheiden und überschaubar. Aber dieses Jahr hätte ich gerne etwas richtig Großes. Einen Roller, am liebsten eine Vespa. Allein die Vorstellung daran beflügelt mich. Stellt euch vor, welche enorme Vorteile dies auch für euch hätte. Ihr müsstet nicht mehr Autotaxi spielen und hättet dadurch viel mehr Zeit für euch und eure Hobbys. Papa, bitte sag was und sei nicht stumm wie ein Fisch. Überzeuge, Mama, von meiner Idee. Ich werde den Roller hegen und pflegen und immer schön abschliessen. Ich würde euch auch ab und zu fahren lassen. Ihr wisst ja, wer Vespa fährt, der fährt nicht, sondern der schwebt. Bitte gebt euch einen Ruck. Vielen Dank. Vielen Dank.